Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, am Sonntag ist es endlich soweit. Mit der Bundestagswahl für die letzte Wahl in Franken in diesem Jahr statt. Ich möchte Sie bitten, gehen Sie am Sonntag wählen. Sie wollen daraus selbst über die Zukunft bestimmen und dies nicht anderen überlassen. Ihre Stimme könnte die entscheidende sein. Wir alle wissen, dass es weiterhin viele Herausforderungen geben wird. Ich versichere Ihnen, dass ich mich mit meiner Erfahrung, mit Herz und Verstand für Sie, Ihre Familie und unser Nürnberg weiterhin erfolgreich einsetzen werde. Bitte geben Sie mir Ihre Erststimme für einen starken Nürnberger Norden in Berlin. Und wenn Sie am Sonntag Ihr Kreuz machen und sich dabei denken, Mensch, die Wörl, die passt schon, dann ist es für mich als Franken das größte Kompliment und Ansporn zugleich.